Schönen Tag. Herr Brenner, kannst du mir heute noch was erledigen, bitte? Berti, ich will nicht mehr. Mir geht der Job so ein Nerv, echt. Gebet. Außerdem fahre ich weg. Wohin? Aufs Land. Das ist ideal. Genau dort soll es hinfahren. Berti, ich fahre nicht aufs Land. Ich habe gesagt, ich fahre aufs Land, weil ich geglaubt habe, du wüsst von mir was in Wien. Ich hasse das Land. Was soll ich dort? Das ist nur eine kleine Sprintstube. Ja, sicher. So ein Künstler. Ja, so ein verhuschter Maler. Ist im Sommer da rausgefahren und seitdem reagiert er auf nichts mehr. Gibst ihm die dritte Mahnung in die Hand und fährst wieder, das war alles. Fähr selber. Renner. Bitte. Was für Auto? Ein zitronengelber Pietl. Ein zitronengelber Pietl? Die sind total lieb. Die haben so kleine Vasen drinnen für Blumen. Blumen. Vielen Dank.